Moin moin meine lieben Freunde der Fox Musiker, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dead by Daylight. Wir haben eine neue Mitspieler bei, nämlich den Survival XP. Der hat sich jetzt endlich mal ins DS getraut, das finde ich super. Ich drück noch fertig, weil ich bin der Letzte, der wieder verpennt hat. Ja, und wir starten mal. Ich bin diesmal auch mein Überlebender und ich wette 10 gegen 1, dass ich der Erste bin, der gekriegt wird. Ich wechsle in der Zeit schon mal ein bisschen. Ich wechsle mal kurz ein bisschen Kleingeld, damit ich wieder was habe. Das ist laut. Darf ich bitte wieder im Fenster bleiben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. So, Kleingeld haben wir wieder. Das reicht für die nächsten 20 Mal fluchen. Nein! Jetzt sind wir mein Geld weg. Das ist mein Anschlag auf die Ohren. Bisschen laut. Wieso denn jetzt schon? Ah, ich bin übrigens auf dem Schrottplatz und ihr? Ja, ich nicht. Ich bin auf einem, ich bin auf Foul. Aber mein Charakter hat einen nervösen Fuß. Oh, oh. Oh, das hört sich nach Kettensägen, Johnny, an. Der ist hier nicht geliebendig. Der ist hier nicht geliebendig. Na? Wieso habe ich jetzt gerade schon wieder einen Herzschlag gehört? Hottie. Irgendjemand muss sich töten. Leo, kannst du mal bitte wegnehmen? Sein fucking ernst! Sein fucking ernst! Das gibt's doch nicht! Wieso bin ich denn immer der erste? Das ist doch ein scheiß Spiel, ist das. Oh, du kleiner. Mein kleiner grüner Kaktus. Wo ist er jetzt? Ah, jetzt läuft die wieder weg. Kann mir mal jemand helfen oder den vielleicht mal ablenken? Wer hat vielleicht mal eine Option? Hier bitte, ich lenke ihn ab. Nein, 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 nein. Den jag ich jetzt. Binde. Oh, schade. Okay, ich habe ihn von... Ich war wirklich ein Meter neben dir, Jan, gell? Echt jetzt? Ja. Ja, aber das sah nicht so lecker aus. Ich habe übrigens ein bisschen Schmerzen. Hat jemand mal ein Pflaster? Oh, da hat der wohl ein Big-Time-Event verkackt. Zeitlicher Druck. Zeitlicher Druck? Ich habe immer... Ich habe meistens immer so rektalen Druck. Seitlicher, nicht seitlicher. Eigentlich müsst ihr Survival XP gewinnen, wie es im Namen steht, oder? Ach, komm schon. Oh, oh, ja. Ach, komm schon. Dein Ernst, jetzt? Ich musste kurz... Entschuldigung. Wird gerade jemand gejagt? Könnte er bitte uns auf den Laufenden bringen? Hier oben bist du hin. Hier oben, der Kettnussäge. Da ist er ja. Ah, sehr schön. Dann kann ich also in aller Seelenruhe weiter mein Gemächt in das Aggregat stecken. Upsi! Das ist halt gut gemacht. Och, du Heilige. Jetzt bin ich gerade zufrieden. Nein! Wo bist denn du hin? Ja, ich werde gleich mal das Licht anmachen. Das ist vielleicht besser. Nicht viel kacken, gell? Da hat glaube ich gerade jemand ein Quicktime-Event ausgelöst. Oder warst fertig jetzt? Ne, der war fertig. Boah! Boah! Oh, oh! nein 4 aber ich mit der Kettensäge erwischt ich war hinter der Barriere er hat es mir passiert dass es dort steht durch das Fenster gezogen hat obwohl ich schon der Arme weit weg die in der Tat ob ich kein Problem ja ich weiß nicht wo du ach da hinten das ist aber sehr weit weg das ist gerade schlecht wir kommen es müssen einfach eine 2 kommen eine verreckt sein und der andere holt dich vom Haken und ist verletzt ich hätte ein Medkit also und bei mir wäre der letzte Generator es müssten übrigens 2 kommen gell also Hauptsache wir spielen ein Horrorspiel und er grüßt den Jack nein er tötet nicht sofort aber er lebt ja sorgt halt sofort dafür dass du am Boden liegst und jetzt kommt er wieder bitte noch mal schnell unter bevor ihr abbaut es so könnte auch mitmachen wenn einer keinen Bock mehr also wir zwei kann ich da eigentlich auch wir haben nicht mehr allzu viel Zeit nein hör auf damit Patrick hör auf ey Patrick ja dann komm nachher ich hab's versucht bist du bescheuert komm her nachher rein ist der beknackt ey fangt der an mich zu heilen direkt kurz vorm Ausgang fahrt's nicht mann hau du einen fahrt ok los los ach geschafft ich warte wenigstens noch bis alle anderen kommen äh alle 4 nein es laufen gerade 4 Leute ja das schon ah ne ja stimmt den Leo hat es verlegt gut dann machen wir erstmal einen kleinen Cut sehen uns in der nächsten Folge wieder alles Gute Dankeschön fürs Zuschauen und nein tschüss